Trends kommen und Trends gehen. Was früher normal war, ist heute out. Werte, Normen, Standards, der Usus. Viele Aspekte unseres sozioökonomischen Lebens sind der digitalen Transformation unterworfen. Und zu diesen Trends zählen auch ganz stark die Globalisierung und Digitalisierung. Welche Bedeutung hat im Kontext dieser Trends die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung? Und wie steht diese im Verhältnis zu einem Beispiel wie dem AMS-Algorithmus? Nikolaus Forgo ist Professor für Technologie und Immaterialgüterrecht am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien. Er hat sehr viel Zeit an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaften und Computerwissenschaften verbracht. Unter anderem hat er sich damit beschäftigt, wie man mit Maschinen juristisches Entscheiden substituieren kann. Als Experte für IT und Technologierecht nimmt er uns mit auf eine Reise durch gesellschaftliche Obskuritäten. Er hinterfragt, ob das Recht und seine Antwort auf die Komplexitätserfahrungen der heutigen Zeit geben kann. Im ersten Video dieser Lektion beschäftigt sich Professor Forgo mit den bereits erwähnten Trends und benutzt dazu zeitgeschichtliche Beispiele aus Musik und Sachliteratur. Erfahren Sie, wie sich die Stahlindustrie in Bochum veränderte und wie aus dem Fahrstuhl-Effekt der Rolltreppen-Effekt wurde. Bei diesen Effekten handelt es sich um sozioökonomische Verschiebungen, die heute auch sehr stark digital beeinflusst werden. Und damit bleibt mir übrig, Ihnen sehr viel Freude mit dieser spannenden Auseinandersetzung zu wünschen. Ihnen wird aufgefallen sein, dass ich jetzt schon drei Minuten rede und eigentlich vor allem über mich, und das ist vielleicht auch typisch für meine Generation oder für meinen Berufsstand. Leute wie ich in meinem Alter reden gerne über die Zeit, aus der sie kommen und über sich. Ich komme also aus den 80er Jahren, das ist meine Jugend, und die 90er Jahre, das waren Zeiten, 70er ist das in dem Fall, wo man noch, manche von Ihnen kennen das vielleicht noch links so komische schwarze Scheiben verwendet hat. Dieter Bohlen, den kennen vielleicht die Jüngeren unter Ihnen auch heute schon, allerdings weniger als Sänger und das nicht zu Unrecht, sondern als, was weiß ich, wie man das nennt, Experte. Aus dieser Zeit also komme ich, und aus dieser Zeit kommt auch eine andere Person, über die ich reden möchte, gleich mal hier am Anfang, aus dieser Zeit kommt Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer sah damals so aus, der hat sich also auch ein wenig verändert. Grönemeyer, so wie ich auch, hat allerdings auch immer so ein Lebensthema, und dieses Lebensthema pflegt er immer noch. Bei mir ist es IT und Recht, bei ihm ist es das Singen, das tut er zweifellos erfolgreicher als ich. Er gibt auch immer noch, wie in den 80er Jahren, Konzerte, unter anderem auch in Wien vor einigen Wochen, bei dem er, Sie haben es vielleicht in den Zeitungen gelesen, auch sich geäußert hat zur politischen Situation in Österreich und in Europa, was wiederum dazu geführt hat, dass auf Twitter eine intensive Diskussion darüber begonnen hat, ob es dem Grönemeyer zusteht oder guttut, dass er hier in Wien über die deutsche Innenpolitik sich verbreitet. Die beiden Leute, die hier gerade twittern oder tweeten, ist auf der einen Seite die Frau von Storch, eine AfD-Politikerin, und auf der anderen Seite der Herr Maas, ein SPD-Politiker, der in verschiedenen Ministerämtern, unter anderem für Justiz und für Äußeres in Deutschland aktiv war. Beide referenzieren auf ein Grönemeyer-Konzert hier in Wien, bei dem ich war und daher also aus erster Hand zwei Dinge sagen kann. Erstens, das, was Grönemeyer dort getan hat, war sehr harmlos. Und zweitens, Grönemeyer hat dort vor allen Dingen gesungen und er hat ein Lied gesungen, das ist der Sinn dieser Vorrede, das mit meiner Jugend zu tun hat, dass er völlig ironiefrei auch noch 2019 in Wien singen konnte und viele Menschen, die dort zugehört haben und in meinem Alter oder unwesentlich älter oder jünger waren, haben da mitgesungen. Und dieses Lied heißt Bochum, kommt von einer seiner ersten Platten und besingt die Heimatstadt von Grönemeyer kommt also aus den 80er Jahren in Deutschland. Und in diesem Lied Bochum geht es um die Kohlestadt Bochum, um den Bergwerksort Bochum, um die Kohle, um den Bergbau, um die Mühen der Arbeit, die damit verbunden sind und um das Grubengold, das damit hervorgeholt wird, mit dieser Arbeit nämlich. 80er Jahre komponiert und gesungen, ironiefrei in den 20er oder frühen 20er Jahren, späten 10er Jahren des 21. Jahrhunderts gesungen, das Grubengold, das uns wieder hochgeholt hat. Freilich gibt es dieses Grubengold in Bochum nicht mehr. In der Zeit zwischen den 60er Jahren der Hochblüte und den frühen 10er Jahren der Hochblüte des Niedergangs vielleicht, waren in Bochum in der Zeche dort nicht mehr wie ursprünglich 5.700 Arbeiter, sondern in der stillgelegten Bergbauregion noch 130 Personen tätig. Das, was also Grönemeyer da besingt, Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge an dir, oh Glück auf, Bochum, ist nur noch für die ersten beiden der drei Zeilen zutreffend. In meiner Jugend- und Erwachsenenzeit und in der Zeit der Karriere Herbert Grönemeyers ist also aus Bochum und auch andernorts dieser Pulsschlag aus Stahl verschwunden. Diesen Befund kann man zeitgeschichtlich bearbeiten. Es gibt Bücher, die mit Jenseits von Kohle und Stahl dieses Thema schon im Titel tragen. Man kann diesen Befund auch soziologisch und politikwissenschaftlich bearbeiten. Dazu werde ich ein paar Wörter sagen, und man kann ihn auch juristisch bearbeiten. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Sie mich hier heute hören wollen. Gemein ist diesem Befunden wahrscheinlich, dass Sie einen Trend beschreiben, nämlich einen Trend, der irgendwo mit den Stichwörtern Digitalisierung, Datafizierung, Globalisierung und vielleicht auch Geschwindigkeit zu tun haben, dass also immer mehr von dem, was früher analog, immer mehr von dem, was früher lokal, immer mehr von dem, was früher physisch vorhanden war, verschwindet, entgleitet, im Internet sich scheinbar auflöst und im Internet sich scheinbar grenzenlos verbreitet. Das freilich geschieht in deutschsprachigen Ländern nicht ohne Konsequenzen. Man kann statt Grönemeyer also zum Beispiel hier Cornelia Kopetsch heranziehen, die ein Buch geschrieben hat über den Rechtspopulismus im globalen Zeitalter und dieses Buch die Gesellschaft des Zorns nennt. Und dort jetzt etwas über vermutlich ihre Jugend und ihre Generation, wenn ich jetzt unterstellen möchte, dass sie durchschnittlich alte Studierende sind, schreibt, indem sie nämlich schreibt, dass die noch wahrscheinlich meine Generation prägende alltagsweltliche Basis der Arbeitnehmergesellschaft mit ihren etablierten Werte- und Normalitätsstandards sich aufzulösen begonnen hat. Und dieser Auflösungsprozess, anderes Buch, die Abstiegsgesellschaft, Oliver Nachtwey, vielleicht auch noch in Gange ist. Bei Nachtwey heißt das dann regressive Moderne und liest sich so, dass bis in die 80er Jahre hinein, also meine Jugend hinein, in der Bundesrepublik Deutschland, unvergleichbar wohl auch in Österreich, die bundesdeutsche Gesellschaft durch etwas, was Ulrich Beck den Fahrstuhleffekt genannt hat, geprägt gewesen sei. Fahrstuhleffekt hat bedeutet, dass zwar weiterhin arm und reich, arm und reich bleiben, aber beide mit dem Fahrstuhl weiter nach oben fahren. Das allgemeine Wohlstandsniveau also rasch steigt, was es besser erträglich macht, weiter unten in diesem Fahrstuhl zu sein. Das, so Nachtwey, sei nun abgelöst durch ein Bild, der verkehrt, fahrenden Rolltreppe. Also Ihre Jugend sei geprägt eher von der Erfahrung, dass Sie nicht, wie ich, in einem Fahrstuhl nach oben katapultiert werden, sondern im Gegenteil sich auf einer Rolltreppe befinden, die abwärts fährt, während Sie gleichzeitig sich bemühen müssten, auf dieser abwärtsfahrenden Rolltreppe nicht abwärts, sondern nach oben zu gelangen. Dieser Prozess hat sich schleichend entwickelt, sagt er. Kollektiv betrachtet geht es für die Arbeitnehmer abwärts und die Abstände zwischen oben und unten vergrößern sich. Vor allem die jüngeren Alterskohorten, also Sie, sind von der nach unten fahrenden Rolltreppe betroffen. Von vielen, wahrscheinlich aus Ihrer Kindheit bekannt, entgegen der Richtung auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe nach oben zu laufen, ist anstrengend. In der Abstiegsgesellschaft zur Nachtweil sehen sich viele Menschen dauerhaft auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe. Sie müssen nach oben laufen, um ihre Position überhaupt halten zu können. Es entstehen Abstiegssorgen und Statuskämpfe um Anrechte auf Wohlstand.